Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach das Finale in der Autowerkstatt, und zwar das Union Depository Finale, permanent wiederholen könnt, ohne die Vorbereitung spielen zu müssen. Das ganze funktioniert auf allen Plattformen, dafür müsst ihr euch einen Link markieren. Den jeweiligen Link werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Ja, ihr benötigt dafür ebenso noch eine Autowerkstatt und das war es auch schon. Begibt euch einfach zu eurer Autowerkstatt, da zur Planungstafel. Als nächstes registrieren wir uns einmal als CEO, da wird wir Zugriff auf die Planungstafel haben. Wir drücken aber jetzt nichts, und zwar stellen wir uns nur zur Planungstafel hin, gehen dann auf Options, auf Online, dann gehen wir auf Spiellisten, auf meine markierte Spiellisten, und dort startet ihr dann die Spielliste, die wir gerade markiert haben. Und schon können wir jetzt auch schon das Finale spielen. Ihr könnt das Finale jetzt alleine spielen, ihr könnt auch einen Freund einladen, bis zu vielen Leuten könnt ihr spielen, nur je mehr Leute ihr seid, umso mehr Payout gibt es auch in der, wenn ihr das zu viert macht, bekommt ihr glaube ich um die 1,1 Millionen. In diesem Fall mache ich das jetzt zu zweit, zusammen mit dem Jens. Da werde ich dann um die 850.000 bekommen. Bei den Waffen stellt ihr einfach auf Hustler ein. Und ja, diese Mission jetzt ganz normal einfach spielen. Und wenn ihr die Mission jetzt abgeschlossen habt, werdet ihr sehen, ich habe jetzt hier 810.000 bekommen. Die Mission hat jetzt knapp zehn Minuten gedauert. Um ja, um diese Mission jetzt dann zu wiederholen, begeben wir uns dann einfach wieder zur Autowerkstatt. Wir gehen dann wieder an die Planungstafel ran, drücken dann wieder auf Options, auf Online, dann gehen wir auf markierte Spiellisten und starten einfach wieder diese Spielliste. In diesem Fall starten wir den Job zu dritt. Und ja, wenn wir jetzt hier den Job abgeschlossen haben, werdet ihr sehen, jetzt habe ich dann 945.000 bekommen. Ja, wenn ihr den Job dann zu viert spielt, bekommt ihr dann um die 1,1 Millionen. Und ja, alleine könnt ihr den Job auch spielen, aber dann bekommt ihr natürlich auch dann nicht so viel Payout. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!